Hallo Leute, hier ist der Lanzo Zorro mit einem nicht unbedingt so schön für euch Video, aber scheiß drauf. Ich muss das jetzt mal schnell hier aufnehmen, weil sonst fragen sich alle, oh nein, oh nein, wo ist er hin? Ja, und darauf sage ich es jetzt eigentlich schon, ich bin jetzt kurzzeitig weg, ich habe diesen Titel hier gerade eingegeben. Ähm, ja, ich fahre mal kurz jetzt, ich habe ja gerade Herbstferien und wir sind nochmal kurz in Berlin weg und habe halt da halt kein Internet vermutlich und ich weiß überhaupt nicht, ob ich den Laptop dahin mitnehme. Ähm, jedenfalls werde ich in der Zeit nichts hochladen, das ist dann bis, ähm, ich glaube bis nächste Woche, Dienstag oder so bin ich weg, mal schauen. Äh, länger kann es eigentlich, also viel länger kann es nicht sein. Ob es jetzt Dienstag oder erst Mittwoch und wieder ein Video kommt, das werdet ihr dann sehen. Also Mittwoch bin ich spätestens, äh, komme ich spätestens wieder zurück und da würde ich dann auch direkt ein Video hochladen. Ähm, zweite Sache, ich habe jetzt gerade nicht mehr so viele Videos auf, äh, Aufschub, also vor allem dadurch, dass mir irgendwie eine, äh, One Piece, ne, eigentlich zwei One Piece Grand Battles, wenn Colossium Aufnahmen auf, äh, Appanten gekommen sind. Und, äh, ja, eine weitere Aufnahme, ja, irgendwie mit blödem Mikro aufgenommen wurde. Ähm, habe ich da jetzt auch nichts mehr zum Hochladen erstmal. Und deswegen müsst ihr auf One Piece Grand Battles, wenn Colossium erstmal verzichten. Ähm, Star Wars habe ich noch ein Part, Kid Icarus Uprising habe ich noch viele Parts. Und Fire Emblem habe ich, glaube ich, noch drei oder vier Parts. Ähm, die muss ich heute noch rendern. Das mache ich einfach nochmal schnell, wenn Camtasia mir nicht wieder den Computer abstützen lässt, weil sich irgendwie viel zu viel Arbeitsspeicher holt. Und, naja, mh, so viel dazu. Und ich bin in Berlin für die Leute, die es interessiert. Und nein, ich werde da keine, äh, ich werde da jetzt nicht irgendwie jetzt noch jemanden treffen wollen, wer auch immer. Ob es jetzt einer der häufigen Abonnenten ist oder nicht, scheiß drauf. Aber ich denke sowieso nicht, dass ich so viele tolle, in Anführungszeichen, Fans habe, die mich da irgendwie treffen wollen. Von daher, also hoffe ich mal, ne. Ich will eigentlich kein so mega famous LP'er werden. Obwohl es hätte was. Naja, egal. Ebenfalls, nein, ich werde da keinen treffen. Also, ähm, ich bin in Berlin, ich sage nur viel zu großer Stadt eigentlich. Äh, und, ja, das war's eigentlich schon. Wie gesagt, ich bin in Berlin. Ähm, und, wo. Deswegen bis Dienstag wahrscheinlich und bis Mittwoch keine Videos. Bindestens bis Mittwoch, wahrscheinlich Mittwoch, weiß nicht. Ihr werdet's sehen. Okay. Okay, das war's dann von mir. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Äh, ich versuche heute noch was hochzuladen. Irgendwelche, äh, 3DS-Sachen oder so. Wenn das nicht funktioniert, weil das dauert verdammt lange mit dem Hochladen, dann, ähm, tut's mir wirklich leid. Dann muss ich euch wohl, oder übel, entweder nichts, äh, dalassen oder, ähm, guckt euch einfach irgendwelche etwas älteren Aufnahmen an. Nicht die ganz alten, bitte. Hehehehe. Ähm, weiß nicht, so die ersten Aufnahmen von Fireball oder so, weiß nicht. Ähm, oder halt nicht. Guckt euch am besten irgendwas Sinnvolles an. Irgendwelche, äh, coolen Leute auf YouTube. Was weiß ich. Badesalz-Videos. Hehehe. YouTube-Kacke von Mundsaune. Naja, ihr werdet's schon sehen. Ähm, also, so viel war's das von mir. Bis dann. Ciao. Euer Lornaz, weizsau. Bis in einer Woche. Bis zum nächsten Mal.